so leh weiter geht's wir haben wieder punkte zu einlösen jetzt gucken wir mal das mal hier auf was ist denn da autonome waffen geben zwei punkte frei also wie es an ich weiß es nicht Wir machen erst wieder Vision, weil wir haben ja jetzt mal wieder, glaube ich, Helden. Das sind Heldenvision, oder? Ja. Da würde ich jetzt sagen, machen wir mal zur Abwechslung wieder Heldenvision. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und danach können wir mal gucken, was wir einlösen. Äh, übrigens, nein, überhaupt nicht, man sieht, ich kann scrollen, so wie ich will. Schon mal voll geil. Jetzt wird auch voll umgeben, ne? Nein, ne? Wir haben aber Heldenvision gemacht. Dann war es noch zu holen. Perfekt. Rest in peace. No survivors. All righty. Got it. Sure thing. I'm on it. Was ist das? Scheiße. Was ist das? Die ist halt echt schwach. Finde ich. Also nicht das echt. Nichts. Was ist das mit ihnen? Understood. Das ist jetzt in die Situation. Entschuldigt. Genau, das ist ja krank. Wann ist das mit mir klar? Was ist das mit einer? Was ist das mit dem? Es ist das mit deinen Griff? Ja. Oh, er hat es gehackt. Okay. Ja, die sind. Es ist damit nicht. Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut. Die ist schneller als die Zombies. Du darfst das am Eingang nicht vergessen, das einzusammeln dann, ne? Kann doch gleich machen so, ich rechne das mal hier so. Krass. Dass es hier so weit geht? Let's go. No problem, not a problem. Gotcha. Understood. Without delay. Let's go. Sure. Ach ja. Affirmative. All right. Let's go. Ismael, schieß. Ach ja. Schuss. A Haufen. Mal gucken, ob da sowas ist. My bullets yes for the Empire For the Empire Right away attack not a problem Yes That's easy all right For the human and this schnell dabei so viel Sounds good I'm on it it's a breeze of course Wir sind nur in einem Gebäude, ne? Voll beschäftigt, ja. Oh, da drin wusselt es aber, oder? Ja, wusseln sie. Tief. Oh, ich hab gerade einen anderen Erste Hilfe auch schon dabei. Okidoki, das ist auch gut. Es war jetzt ein bisschen doof, ich geb's zu. Oh, da kann man aufmachen. Ich bin die Frage, ob das sinnvoll ist, ne? Upsala, 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 upsala. Tschüss! Soll ich mir gehen erstmal einmal ums Gebäude rum? Weil von hier möchte ich jetzt nicht rein, da hab ich keinen Plan, was das da auf mich wartet. Bin ich zu riskant. Weil der Eingangsbereich sollte eigentlich immer relativ einfach sein. Ich kann das tun. Taste mein Lied! Schade, dass sie jetzt so wieder ranleveln kann. Das wäre so gut. Alles klar. Oder ist es? Oder machen wir einfach rauf. Vielleicht ist es nicht so gut, aber okay. Ja. Wir müssen ja das Zeug gut so was mal kriegen. Das sind aber überall Löcher da drauf. Wir müssen uns sammeln. Da geht's hin. Ah, Doktor. Sind das Verteidigungstürme oder so was? Achtung, die Notschrumpfersorgung wurde in diesem Raum aktiv. Was heißt das? Heißt was? Heißt das auch zu? Die ist sicher. Ah, tatsächlich. Hab mir doch gedacht, das müsste doch irgendwelche Abwärtsdiener sein. Die haben wir doch gerade eben durchgelesen und so. Ich bin eigentlich so gestorben. Ich wollte gerade sagen, wann habe ich denn so viel Leben verloren? Das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Aber der Weg ist eigentlich schon der richtige. Ich mache nochmal kurz den Weg außenrum und, äh, passiert so lange die Aufnahme. Geht gleich weiter. Beziehungsweise, ähm, wir gehen jetzt doch mal kurz hier rum, weil ich glaube, das ist der kurze Weg. Ich glaube, da geht es nicht weit und dann... Ja, doch. So ein Stück. Aber woher ich denn gerade so viel Leben verloren kann? Geht gar nicht. Gotcha. Ich glaube, ich bin schon nicht... Wieso willst du ja nichts zu machen? So kann ich die Kiste entnehmen. Ist das Deko? Ich weiß nicht, dass da was drin liegt in dem Eckle hier. Ist ja nie, ne? Wieso? Oua! Wieso? 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 Was hat denn so strenge gelohnt? Das ist viele schnelle, ne? Wunderschön. Ja. Ich glaube, der andere Held wäre mir lieber gewesen, der Flächenschaden machen kann. Und halt aber dafür ein bisschen schießt manchmal. Irgendwie sowas. Ist grad ein Bug. Das sind überall so Kisten, aber ich kann nichts damit machen. Ist grad ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ah, ist ne Tür. Jetzt aber auch noch rein. Ist der Innenhof? Ist der Gegnerhocker? Ja. Ist das so? Ist das so? Ist das so? Ist das so? Ich kann nicht nur kurz rumlaufen. Hm. Wir trauen uns, oder? Ich zeige jetzt zurück. Nein. Ich gucke mal. Ankrieg? Passt nicht mehr. Ja. Sieht gut aus. Es sind zwar eh nur langsam Zombies, aber passt ja. Das macht mir Damage. Was ist das denn für'n Scheißdreck? Was ist denn für'n Rott? Das muss einem doch mal jemand erklären. Wie kommst du? Also musst du die anmachen? Warten bis ein paar Zombies hier sind. Gleich wieder abgesprochen. Wir gehst mal durch den Hauptengel rein. Das ist schon was doof hier. Ist das so'n Scheiß, ist das doch. Nee. Nee. Das ist wahnsinnig bisschen aufgucken. Dankeschön. Was steht hier? Info für Mitarbeiter, Lagerfläche, Musikbosauer aufgeräumt sein. Ja, klatsch. Bedrohliche Musik, ne? Okay. Willst du was zu holen? Ist das ehrlich? Ist das ehrlich? Ist das ehrlich? Was? Was? Oh. Perfect. Let's go. Right away. It's a breeze. All right. Not a problem. Wonderful. All right. Piece of cake. What is this? Great. Got it. Erstmal lesen. Achtung. Versorgungstürme wurden wegen Stromschlaggefahr ausgeschaltet. Nutzen sie die Kontrolleinheit um die Stromversorgung zu ab. Hm. Da ist auch so der Hinweis mit der Stromschlaggefahr. Das ist ja zu freundlich. So, wir gehen einfach mal raus, damit wir alles schaffen. Und dann machen wir es einfach so, wenn alle sowieso zu machen, so da aus. Irgendwie so, oder? Aber wenn das die Verteidigungstürme sind, die ich auch bauen kann, dann habe ich da keinen Bock drauf. Sure. Come on. Lass mal das mal arbeiten. Okay. Was ist das hier? Irgendwie komisch war. Die fühlen mich irgendwie wohl. Ich weiß nicht warum. Oh, ja. Affirmative. It looks great. Great value, no doubt. All righty, got it. I love it. Gotcha. Sure thing. I love it. For the Empire. So. Wischen wir mal alleine, oder? Let's go. Hello. No problem. Got it. All righty. Was steht hier? Tag infizierte Zone, automatische Waffen wurden platziert, Stromversorgung zur Aktivierung einschlagen. Scheiße. Roger that. Take that. Piece of cake. Äh. All right. Yes. So. Schießen, fleißig schießen. Schießen, fleißig schießen. Anicke. Anden. ... I need to have. ... ... I need to go. Ist der eigentlich irgendwo Loot? Der Raum. Klar, mit Granaten geht's schneller, aber ich möchte mir die eigentlich nicht verbrauchen gerade. Ist da wieder nix? Also entweder ist ein Bug oder die sind tatsächlich alle nix leer. Das irritiert mich ein kleines bisschen. Also hier oben möchte ich erstmal noch nicht lang. Aber ist das nicht da, wo ich vorhin war? Hier kein Panel? Kein Versorgungspanel? Schnellen geht's. Das sind Sieger. Warte mal, bis ich alle an kann, komme. Warte mal. Wieso können wir eigentlich so schnell durchs Sandzeige durch? Also ich meine, finde ich super, aber wieso eigentlich? Wieso sind wir denn? Wieso ist es der Fall so schnell durch? Ja. Das kommt jetzt mal in die Erde. Die ist wahrscheinlich auch Achtung, stark infiziert. Ja. Aber ist das nicht die, die ich am Anfang gemacht habe? Müsste ich doch einfach nur von außen wieder hin, weil dann bin ich direkt am Terminal, oder? Aber okay, wenn das Spiel sagt, die Zone ist schwer, dann gehen wir halt woanders hin. Da wäre das Terminal, aber das ist viel zu weit weg. Wenn es mein Säge hier... Das ist jetzt da, wo ich vor... Das ist da, wo ich vorhin war, dass halt die stark infizierte... Da habe ich noch keiner gehabt. Na, wer kommt? Und hin, 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 hin. Oh, da sind wir zwei. Na, niemand kommt. Kommt doch allein hin. Kommt nicht immer zu zweit vorhin. Völlig. Ich würde hier mal zulassen, weil da geht es ja dann raus. Wow, ist das euer Ernst? Nein. Pause hier. Vorher in die Luft gesprengt wurde. Das Problem ist nur die Koppel jetzt nicht. Das ist doch scheiße. Ich müsste da von außen hin, weil sonst... Das ist jetzt doof, nämlich. Weil, wenn ich das durchrennen, kriege ich was ab. Okay, dann machen wir jetzt die äußere Strecke, würde ich sagen. Können wir das nämlich auch mal kurz ausmachen, dann durchrennen und nochmal anmachen. Weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Great. Wir müssen ja eh ausruhen, weil da nicht so abzuhig. Wo das jetzt steht. Da man die Strecke ja schon kennt. Mache ich mal kurz Pause? Ich bin gleich unter da. Sobald ich an der Tür stehe. So, wir sind jetzt an der Tür. Das Witzige ist, es hat schon ein paar getriggert, weil ich ausruhen gelaufen bin, die jetzt nicht im Raum sind. Die jetzt nach und nach gegrillt werden. Also, ist nun mal gar nicht schlecht. Aber ich würde es, glaube ich, erstmal kurz außen fertig machen, bevor wir da die Tür aufmachen. Okay. Außen fertig, das ist eigentlich... Weil ich die andere Seite natürlich auch wieder machen muss, die habe ich ja. Ich habe vorher nur acht, wie ich gestorben bin. Ich bin jetzt aber rein, würde ich sagen. Auf. Ob ein paar getriggert werden, ein paar werden auf jeden Fall getriggert, das ist cool. Gegrillt? Aber halt nur nicht alle. Ich fürchte, dass wir das jetzt an- und ausmachen müssen, ein paar Mal. Dann haben wir ein bisschen Sorge. Sterben. Ich würde mal sicherheitshalber, glaube ich, das jetzt passen. Oh, das hat ja super viel gebracht. Das ist der Wahnsinn. Juhu. Das ist voll doof hier. Kann das zumindest so ein bisschen von draußen steuern. Das haben wir hier Granate reinwerfen, aber die Hocke halt nicht auf dem Haufen, ne? Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich jetzt mehr stehe. Aber sie ist ja geil an. Ja, das da drin kann man auch anmachen, aber... Ich bin jetzt richtig hin, ne? Ich bin jetzt richtig hin. Du musst dich machen. Du musst dich eigentlich anmachen. Ich muss ihm aber die hier noch holen. Die zwei. Ne? Auf Bock... Wie gutne? Bianca. Gern WILL. Genau gut. Aus Botenförungen sollte esój. Sind wir? Oder nicht? Ja. Den fall. Doublemyge. ande blatt! Die li War. Hey, bye, friends. Stebt ihr jetzt mal da drin? Geht's doch nicht, ey. Wieso sterben die denn denn? Ich hab mir jetzt geiler vorgestellt, ne? Prost. Okay. Das war nicht wirklich viel, ne? Ich hab dazu, wie ich das gern hätt. Nämlich von den Dingern veranhalten, dürfte mir nichts passieren, oder? Ich hab auch noch nicht ab. Ich hab auch noch nicht ab. Also, ich weise zurecht. Ah, die kommt mal raus. Das bringt allen nichts hier. So viel wie gehofft zu mir. Oh, ich kann es mal kurz ausmachen. Oh, und ich will mich dann selber damage schon wieder? Und schon geschafft. Komisch das Kraftwerk Achtung hohe Stromschlaggefahr bleiben sie im Hauptflur Waaah Die mit Hauptflur? Das ist der Hauptflur All right affirmative got it perfect sure thing not a problem let's go Dankeschön Also so so wirklich Wie viel bringt das nicht nix? Da können wir auch fahren Das war's wenn ich hier anmache Der steht dürfte nix passieren oder? Ich mach lieber mal aus Das ist mir immer Oh das ist ja gar nicht aus Das ist echt risky Irgendwie bin ich auch schneller wenn ich kämpf ne als wenn ich das Zeug benutze Also da geht's auf jeden Fall gut ab Aber ist halt die Frage jetzt sollte ich da aufmachen? Achtung Sektor der ist aktiv wegen Stromschlaggefahr wird von der Nutzung abgeraten Nutze den Zugang Süd stattdessen Okidoki Ok also da braue ich nen Aber wenn ich da aufmache lock ich doch die Zombies an das ist doch vielleicht gar nicht so doof oder sehe ich das? Moment kurz Ich probier's jetzt Ok man kann einfach nur nicht durch Hab ich mir jetzt ein wenig mehr erhofft? Ach doch komm jetzt zum Johan und renn da durch Ja aber hier ist doch auch an Wo kriegt's das aus? Scheiß 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 Ist das so scheiß? Ich muss da ja lang Da ist ja noch ne Tür Und genau an der Tür ist so ne Stromschlagding Das ist doch ne weise Wie sieht das Ding aus? Hinten? Jetzt bin ich quasi tot Ach Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ich war ja aber fast tot Ich war jetzt knapp Wie geht's schon wie neun? Was heißt das? Wollen wir so ne Ende? Ähm Ja natürlich Nach 10 Ja natürlich Klar Wie soll das? Also sorry Ich müsste die Lass mich mal kurz überlegen Ich müsste die hier rein durchlocken Aber Dann hätte ich die Türen nicht aufmachen Also Ich weiß es Wie mach ich's Oder ich lock die hier rum Und renn dann hier hin Und mach Ach da krieg ich ja auch immer Damage Das ist schwierig ehrlich gesagt Das ist leicht Für die Menschen Okidoki Domen Gammen combination Drei ilty Nutzen Wie das becomуть Ja 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 Ich directions Reinvoll Und wir machen es mal mit an jetzt. Oh, die sterben nicht mal so in so einem Stromschlag. Das ist ja brutal. Das tut mir halt nicht von einem. Wie kriege ich denn die Ange-Schwicker, dass die hier durchlaufen? Ich muss das halt... Mir geht es ja schon mal woanders hin. Wir haben wie ich das mache. Da ist die starke infektiöse Zone halt auch noch, ne? Aber... Oh, das ist halt irgendwo lang, ne? Der eine hier. Ach, die Kurven draußen. So, jetzt muss es reich, oder? Das ist ein bisschen luftig, die Dinger. So. Gibt es wieder nix? Lassen wir mal an. Theoretisch können wir hier doch nicht gegner reinlocken, oder? Ach, da ist der Ausgang. Das ist das Außengebiet, das müssen wir aber auch noch machen, ne? Ich mag ja auch noch Stuff. Kommt der Gegner jetzt noch rein? Und dann geht's. Entstanden? Nice! Yes? Roger that! Got it! Yes! Gotcha! Great! Understood! All right! Okidoki! Das zieht sich ganz nervös. Ich dachte, das geht schnell. Ich hab' den nicht gesehen. Of course. Du weapons? Double the fun! Let's go! Aber die Kiste, die ich nicht nutzen kann, oder? Ach, diesmal kann ich's nicht nutzen. Ist das Zufall, wo das Zeug liegt? Jetzt sind da einfach nur... Ist das Zufall, oder? All right! Attack! Eat my bullets! For the humans! It's a walk in the park. Die Einzelnen. Come to Mama! Got it! Understood! Perfekt! Aber im Grunde müssen wir nur noch das Außengebiet machen und dann die... das größte Problem lösen. Gotcha! Take that! Nice! Also wir haben noch ein paar Granaten, ne? Können wir dann eigentlich alle für die Großen da unten verpassen? Wahrscheinlich, dass hier grad kein Strom läuft. Bin ich denn? Na ja. Zwei Kräuter, die sind zu verpassen. Wissen den Arm noch. So. Zwei Kräuter, die sind ein bis zum Verpassen. Über dieuxen oder die Geräte. Da müssen wir noch ein Blatt verpassen. Die démunze! Ansonsten, die Zombies, die sind zum Gelegen. Das sind zum Gelegen! Ich bin, zum Gelegen! Eh wieder immer wieder. Auf die schnellen müssen wir halt passen. Sachen sind eigentlich wo. Okay. Perfekt. Perfekt. Oder halt anders. Weitere nur die schweren. Was? Mashi. So wir können die natürlich auch hier. Das wird echt schwer. Ich meine ich bin zwar zum Glück schneller als die. Gotcha. Child's play. Right away. Sure. Great. Yes. It's a breeze. Piece of cake. Oh. 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 zu wenig kommen würde ich hier safe ich stehe hier safe mir kann hier nichts passieren macht das jetzt einmal ein paar platt wenigstens jetzt wenigstens mal ein paar so ein bisserl wenigstens ein gleiches rhythmus kann das sein roger wenn man nur ein handel kommt ist das scheiße not a problem roger that right away i'm on it take that ja bleibt da stehen das ist gut wenn ihr noch stehen bleibt machen die hier noch bitte strom wie zufrieden ja noch bitte die macht es nicht macht sie nicht doch den einen hat es gemacht komm ein wenig noch sonst sind wir die zu stark 18 scheiße bullseye die die mitnehmen. Jetzt hätte es... sonst wäre es zu knapp. Alle angedamaged, die schaffen, weil die Papu draußen stehen. Ist das nur noch einer jetzt? Kann das sein? Geilo. Nehmen wir mal Sicherheitshaber und Medikid. Das ist das Artefakt. Das brauchen wir zur Queen. Exakt. So. Leute, es fehlt was. Aber es fehlt noch was. Es fehlt noch das da. Ich hätte aber gern die vor... Wollen wir die übersehen? Blinkt das nicht gelb? Da! Es gibt es geblinkt. Aber das sind wahrscheinlich Granaten. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Granaten. Ach Gott, durch Granaten. Blinken. Mal gucken mal hier. Was ist noch? Was ist noch? Ich bin doch da hoch. Ich bin doch da hoch. Ich bin doch da hoch. Wie ich jetzt kann. Hamas? 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 Geil, Mann. Sau so hoch. Geht, glaub, schneller. Wäre der Knaller, wenn ich jetzt noch irgendwo die Blitzinger anhätte und daran verrecken würde. Das ist lustig, wie die von draußen, die aus ihren Löchern kommen, sich dann innen total verteilen, ne? Na, also. Anfang halt ein bisschen verbockt, weil ich die Blitzinger nicht verstanden habe. Aber ist doch cool, wir haben jetzt ewig viele Punkte gekriegt. Zur nächsten Folge überlege ich mir dann, was ich lernen will. Musik? Bitte was? Genau. Überlege ich mir nächstes Mal. Also, bis dann.